Und damit herzlich willkommen zum Stream heute hier bei El Morada. Herzlich willkommen. Ja, Wahnsinn, oder? Was für ein Einstieg. Was für ein Einstieg. Und ja, wir gehen gleich ein bisschen Helikopter fliegen, Leute. Ich hab mich heute ein bisschen damit auseinandergesetzt, was man so braucht, um Helikopter zu fliegen. Man braucht gar nicht so viel. Ich nehme mich heute mit in die Welt des Helikopterfliegens. Okay, passt auf. Ups, hui. Vorhin saß einer neben mir. Ah, jetzt, da ist Hans Rudow. Moin. Back to Checklist. Lass uns das Ding anwerfen. Also, das hier links, das vorgesprachelt, das hab ich nicht gelesen. Ich war vielleicht, ist da was Wichtiges bei. Kann ich aber nicht sicher sagen. Hab ich nicht gelesen. Wir machen das, was hier rechts steht. Das ist nämlich der wahre Shit. Das ist der wahre Shit. Ja, alle bereit? Gut, ich auch nicht. Dortmund, Ground, hallo, Hummel1. Dortmund, Ground, Hummel1, hallo. Doppel Ground, Hummel1, we are Eurocopter 145 at the police apron with 12345 people on board. Requesting start-up for initially some traffic patterns here in Dortmund and later we would like to leave the control zone. Hummel1, wonderful, active runway 06, QNH-109, call on credit for taxi. Hummel1, Roger, QNH-109, runway 06, will go. Round, Hummel1, requesting airtaxi to runway 06. Hummel1, roger, hover 2, runway 06, fire, QNH-109, bravo. Hummel1, airtaxi 06, fire, QNH-109, lima, Mike N, bravo. Oh, oh, die rödelt die Kiste. Über den da fliegen wir einfach rüber? Ja, können wir machen, glaube ich, ne? Hummel1, wir können auch über den rüber. Hm? Wie bitte? Wir können auch über den rüber. Wenn du es schaffst, dann ja. Wir sind Helikopter. Ja, dann gut, nackt. Oh, wir gehen einfach rüber. Oh, oh. Oh, oh. Wenn du es schaffst. So, warte, ja, zack, das war hier, oh Gott. Oh, Gott, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. So, jetzt. Ach, du Scheiße. Illegal hoch 10. Oh, ja. Oh, er hat die Spaßbremse wieder angezogen. Ich versuche, uns mal da so an dem Holdingpoint hinzustellen. 1, Kontakt Tower, 1, 3, 4, 1, 2. Ja, viel Glück. Hummel1, Kontakt Tower. Tower, Hummel1, Intersection, bravo. Requesting Traffic Circles. Rommel1, Dortmund Tower, Halle, Leuland. Adam. Einen Moment. Hummel1, Traffic, die Fahrt passen nach 172, Rhein-Morchamps, 1, 06. Hummel1, Traffic ist nah und ran, weil ich confirm. Hey, vom Report-Chefing, ich bin sorry. Ja, haben wir gesehen. Hummel1, Line-Up and Wait, 06. Hummel1, Line-Up, 06. Hummel1, Windcheck, 05, 06. Runway, 06, Clear for Take-Up. Daher, find the traffic system, runway, 06. Hummel1, Clear for Take-Up, runway, 06. Daher, find the traffic circuit, runway, 06. Gerhardt, guck maa. Oh, gerade, wir sind nicht getekeert, ne? Wir machen ein bisschen einsamer. Hummel1, Final. Hummel1, Windcheck, 05, 06. Runway, 06, Clear for Take-Up. Hummel1, Clear for Take-Up, 06. Hummel1, Requesting Left-Hand-Turn, Direct to Downtown, Dortmund. Und jetzt geht's in die Downtown. Und jetzt gucken wir da mal ein bisschen nach Verbrechen. Spielt hier der BVB? Ist das hier der Hauptbahnhof? Also, was ist hier los? Ich hoffe, der Frieden ist hier am Hauptbahnhof gesichert. Unauffällig ruhig ist es hier. Naja. So, wer kennt sich hier in Dortmund aus und kann mir jetzt sagen, von dieser Position aus, wohin muss ich, um zum Stadion zu kommen? Na, woanders rum? Oh, scheiße. Ich befürchte, dass du sowas hast. Gerhardt, alles gut. Da, links. Ich seh's, ja, ich seh's. Hinten da. 166. Hummel2. Guck, das ist hier für die BVB-Fans jetzt. Einmalige Aufnahmen, die sie hier kriegen. An der Kolonie verbrennt, Alter, unten. Laub? Halt! Das ist ja wohl das Allerletzte. Robert, hier war es ja brand. Ja, jetzt haben die's ausgemacht, ne? Jetzt haben die uns hier gesehen. Tower Hummel1, we spotted some people here in the field. The quest to land here. Hummel1, uh, yeah. Roger, you are clear to land. Just Hummel1 on the ground. Hummel1, clear to land. Thank you. Alles klar, Gerhardt. Wir gehen jetzt hier runter. Ob du willst, und... Ach Gott, hier ist ne Hochspannungsleitung. Huh, hier ist ja fast gestorben. Achtung! Eieieie! Ja, das ist ja gut. Aber guck mal, ja, hab ich uns auch wo runtergebracht. Achtung! Das ist hier ne ganz schöne Sache. Achtung! Gut. Tschüss! Vorsichtig hier. Delta ECO Whisky, Alpha ECO Dortmund. Hallo! Ciao! Delta Alpha ECO, jetzt ist 172. Ja, schon recht kurz vor Sierra. Gerade Iserlohn überflogen. Aber wieder ein Flug in die Kontrollzone für paar Platzründchen noch und dann später zur Landung. Oh, Platzründchen noch. Süß. Ab nach Schalke. Wie komme ich nach Schalke? Wo muss ich da hin? Äh, so Richtung Westen? Wie heißt's? Äh, warte. In Gelsenkirchen ist Schalke? Ja, den halten. Ah, okay. Auf 11 o'clock. Ah, ich glaub, da kommt es, oder? Ist das da unser Ziel? Genau. Sieht aus wie so eine Fabrik. Feltings Arena, da steht's. Ein Zirkus. Und jetzt langsam, langsam. Oh, oh, oh. Ah, ja. Na ja. Wir sind auf jeden Fall da. Haha. Da sind wir. Könnten noch ein Bierchen trinken jetzt. Also wenn ich, wenn ich, ähm, Polizist wäre, der hier in der Fliegerstaffel arbeitet, ich würde jetzt reingehen, kleines Bierchen mit Gerhard. Wir kommen als hier Polizei-Dekopter jetzt gleich und, ähm, weiß ich nicht, vielleicht gucken wir, dass hier irgendeiner im Fluss ist oder so, wir würden einmal den Fluss entlang fliegen. Das ist auch eine richtig geile Idee. Fluss entlang fliegen ist eine richtig gute Idee. Es ist sogar 05 Betrieb. Wir steigen auf. Takeoff. Festhalten. So, Richtung Westen. Gedreht. Und. Let's go. Langen-Informationen, hallo, Hummel-1. Ähm, Hummel-1, Langen. Langen-Informationen, Hummel-1, just departed Feltins Arena, ähm, and we are now west or southwest of Bottrop-VOR requesting flight information service, so we are at 1000 feet. Hummel-1, hallo, uh, yeah, you are identified, QNH-1009, you are talking to Langen-Radar, but we are covering information for you as well, no reported traffic. Hummel-1, roger, QNH-1009. Hi, Hummel-1, just to confirm you are on active mission. Hummel-1, um, we are, I think we will receive a call very soon, um, yeah, we are at the moment inbound November, and, um, yes, we will be on active mission in a few minutes. Hummel-1, just to confirm inbound November for entering CTR Düsseldorf. Uh, that's, we can't be so sure about that for now, but, uh, we will let you know. Hummel-1, roger, if you need to enter the CTR, just let me know, I call you it. Mensch, das ist hier richtig... Ass-Policer, es ist jetzt, oh. Okay, wir brauchen jetzt aber mal langsam eine Idee, was wir machen wollen. Wollen wir sagen, dass da einer im Fluss ist und, äh, wir finden den dann irgendwie... Oder die Hafenpolizei verfolgt jemanden da, auch eine gute Idee. Okay, das finde ich sogar actually besser, das passt mir jetzt zur Polizei. Dass wir einmal entlang des Flusses müssen und, ähm, dann, weiß ich nicht, verfolgen wir den und in Düsseldorf kriegen wir den dann. Das finde ich eine richtig gute Idee. Also wir würden einmal entlang des Rheins. Und dann, weiß ich nicht, hier unten sagen wir dann, okay, passt, wir haben den bekommen, den Penner. Finde ich eine super Idee. Chat, was sagt ihr dazu? Langen, Hummel 1. Hummel 1, go. Die, ähm, die Wasserpolizei ist chasing a boat along Rhein-River to the south. Ähm, we are asked to help them, so we request to fly southbound along Rhein-River. Hummel 1, roger. Ähm, Kontakt Tower, 118, ist nun mit 305, wie sind Sie in Form? 118, 305, thank you. Da ist der Rhein, der Fluss der Begierde. Tower, Hummel 1. Hummel 1, Tower, hallo. Hummel 1 ist at 1500 feet, ähm, north of November on active mission to support the Wasserschutzpolizei. Ähm, request to fly southbound along Rhein-River for a chase of a boat. Ähm, ähm. Okay, Hummel 1, active runway, 05 left, 05 right, QNH 1, 07, endet die Kontrollzone via November and, ja, eigentlich approved as requested. Hummel 1, thank you, we will, ähm, proceed November now and fly southbound along Rhein-River to look for the boat. Super. Gegen Tower-Lots, immer mit so nem Elan daran, obwohl das könnte ich auch sein, das könnte genau ich sein. Ich würde auch super sagen, ich würde mal auszudenken, alter, der hat's hier nicht mal alle, oder was? Der ist aber bescheuert, da sucht hier seine Boote. Hummel 1, we would like to maintain around 1000 feet, if that's possible. Ja, roger. Er ist richtig mad. Ach, ich glaube, wenn da einer nur so durchfliegt, ich glaube, das würde ich noch schlucken. Ich glaube, das wäre noch okay. Platzrunden finde ich halt nervig. Nein, ich bin nicht mad. Ist nicht mad, okay. Der ist misst. Er ist sauer, ist sauer. Das ist immer, wenn die Frau oder Freundin, wenn die sagt, nee, ich bin nicht sauer, ist der meist sauer. Das ist immer sauer. So, jetzt hier aber nicht, lasst mich nicht ablenken, das ist alles geplant hier. So, wir suchen den Bösen. Also fliegen Jens hier den Rheinriver entlang und wir suchen nach dem Bösen. Hummel 1, traffic information, Boeing 739er, on the six miles final runway, 05 left, on your tour clock position, 1800 feet, correction 700 feet, report, treffend enthalten. Hummel 1, we will look out. Da, oder? Ja, da könnte es sein. Hummel 1, inside. Hummel 1, äh, ja, roger. Hummel 1, behind the mansion traffic, cross the final runway 05 left and follow the Rheinver. Hummel 1, behind the mansion traffic, crossing the final runway 05 left, still allowing the Rheinber-Southbound. Hummel 1, behind the mansion traffic, cross the final runway 05 left, still allowing the Rheinber-Southbound. Hummel 1, behind the mansion traffic, cross the final runway 05 left, still allowing the Rheinber-Southbound. So, passt auf, und jetzt lösen wir das gleiche auf, irgendwie, dass der hier irgendwo ist, der Penner. Da ist er, da ist er. Ja, ich sehe ihn auch. Seht ihr ihn auch, Chad? Da ist er, unter der Brücke hat er sich versteckt. Der Schelm. Okay, so, jetzt geht's da hin. Tower, Hummel 1, we found the boat, we are descending a little lower here. Hummel 1, roger, dann halt ihn fest, den Schwerverbrecher, äh, ja, roger. Der versteckt sich unter der Brücke. Das gibt's da nicht, Ron. Ja, oh, da fährt er, da fährt er jetzt. Seht ihr das? Oh, oh, nicht abstützen. Düsseldorf, Hummel 1, ähm, finish with rescue mission, would like to return to Düsseldorf and land at, äh, Hangar 10. Hummel 1, äh, roger, ähm, ja, äh, hover at the current position, you can climb to, I don't know, 1000, 1100, beat, something like this, and I will call you back shortly. Hummel 1, roger, we will stay here and enjoy the view and climb up to 1100, thank you. Wenn ich jetzt die Hand wegnehmen würde, würden wir uns alle die ganze Zeit drehen. Hummel 1, proceed direct Helipad, stay south of taxiway Mike all the time, wind 323, 3 knots, Helipad, clear to land. Hummel 1, proceeding direct to Helipad, staying south of Mike all the time, and clear to land, thank you. Plan, Leute, los geht's. Langsam. Oh, warte, wir luschen hier einfach noch ganz kurz eine Minute. Ganz kurz gucken, was hier so passiert. Wir sehen die Flieger auf dem Vorfeld, wir sehen die, die hier hinten rumstehen. Okay, gut, dann lass uns jetzt mal versuchen zu landen. Wind 3, 4, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 5, let's clear, touch and go. Perfekt, mit einer kleinen Pirouette, am Ende, gelandet. No, bad landings happen. Bad landings happen. Butter. Hummel 1, are you okay? Oh, we are good, thank you. Are you okay? Weil er uns ja gesehen hat, er ist ja der Tower, er sieht uns ja hier irgendwo, scheiße. Ja, Tower mega sympathisch, finde ich auch. Finde ich auch. Stimmt, krass, ey. Ja, dann bleibt das Ding halt an, Holim. Ist egal, bleibt an, ist nicht so schlimm. Burn 3, 2, 3, 1, als ohne. Geräusche.